Okay, ich möchte jetzt mit euch gemeinsam einmal folgenden Satz beweisen. In der Menge aller Gruppen ist Isomorphie eine Äquivalenzrelation. Wir brauchen auch nicht unbedingt die Menge aller Gruppen, es genügt auch irgendeine Menge von Gruppen, weil ich habe eine Menge von Gruppen und dann ist Isomorphie eine Äquivalenzrelation. Wir wollen erst mal verstehen, was bedeutet das überhaupt? Was Gruppen sind, setze ich jetzt mal voraus, dass wir wissen, was eine Gruppe ist. Jetzt schauen wir uns nochmal Isomorphie und Äquivalenzrelation an und wie das alles zusammenhängt. Also, vielleicht zunächst mal Isomorphie. Was bedeutet das nochmal? Isomorphie bedeutet, zunächst ich habe zwei Gruppen, hier eine Gruppe mit der Menge G1 und irgendeine Operation und eine Gruppe mit der Menge G2 und irgendeine Operation. Und diese beiden können entweder Isomorph sein oder nicht Isomorph. Das heißt, die können entweder in Relation stehen oder nicht in Relation stehen. Nehmen wir mal an, diese beiden sind Isomorph. So. Was bedeutet nochmal Isomorphie? Das ist die Strukturgleichheit. Das heißt, die beiden Gruppen sind strukturgleich. Die unterscheiden sich eigentlich nur durch die Benennung der Elemente und der Operation. Wenn man bei endlichen Gruppen beispielsweise eine Verknüpfungstafel aufstellt, dann sind die beiden Verknüpfungstafeln von den beiden Gruppen strukturell identisch. Nur die Elemente heißen anders und die Operation heißt anders. Aber eigentlich passiert innerhalb der Verknüpfungstafeln das Gleiche. Formal definiert ist Isomorphie dadurch, dass es eine bijektive Abbildung phi gibt. Phi ist bijektiv, also das heißt injektiv und subjektiv. Das ist eine 1 zu 1 Abbildung zwischen den beiden Gruppen. Es gibt eine bijektive Abbildung von G1 nach G2 mit der folgenden Eigenschaft. Das ist jetzt die Homomorphie-Eigenschaft oder die Relationstreue, sagt man auch dazu. Dadurch ergibt sich die Strukturgleichheit, nämlich die Zusatzbedingung zur Bijektivität ist, phi von A verknüpft mit B in der einen Gruppe ist gleich wie phi von A verknüpft in der anderen Gruppe mit phi von B. Das heißt, und zwar für alle AB aus G1. Das heißt, es ist egal, ob ich erstmal A und B miteinander verknüpfe und dann abbilde oder ob ich erst A und B separat abbilde und dann verknüpfe, kommt das Gleiche raus. Wenn man das mal an dem Bild deutlich macht, also hier habe ich irgendwie die Menge G1, da habe ich die Menge G2. Also in der Menge G1 habe ich die Elemente A und B. Die beiden kann ich verknüpfen, hier mit der Operation Punkt und dann kommt ein Element raus, sagen wir mal C. Und das kann ich jetzt abbilden, hier rüber in die Menge G2 mit Hilfe von phi und dann kommt, naja, phi von C raus. Also ich kann erst A und B miteinander verknüpfen und dann abbilden oder ich bilde erst A ab separat, kommt phi von A raus natürlich oder B und B ab, kommt phi von B raus und dann verknüpfe ich die beiden und dann muss sozusagen ebenfalls wieder, wenn ich jetzt hier mit dieser Operation verknüpfe, phi von C rauskommen. Das Gleiche. Also es muss egal sein, ob ich erst A und B verknüpfe und dann abbilde oder A und B separat abbilde und dann verknüpfe. Also das ist Isomorphie. Okay. Gehen wir weiter. Versuchen wir nochmal uns zu erinnern, was ist eine Äquivalenzrelation. Oh, nicht mit Rot, mit Weiß. Äquivalenzrelation. Also ich habe irgendeine Menge, sagen wir mal M und dann habe ich eine Relation. Das ist eine Teilmenge des kathesischen Produkts M kreuz M. Und nennen wir die mal, also R, die Relation, ist eine Teilmenge. Daraus nennen wir die Relation, nennen wir jetzt mal, sage ich mal mit Tilde. Also ich habe eine Menge M, dann bilde ich Paare von Elementen aus M und das definiert meine Relation. Und eine Relation ist dann eine Äquivalenzrelation und folgende Bedingungen gelten. Erstens, sie ist reflexiv. Das heißt, für alle Elemente aus M gilt, M steht zu sich selbst in Relation. Also alle Elemente stehen zu sich selbst in Relation. Reflexivität. Zweitens, Symmetrie, also sie muss symmetrisch sein. Was bedeutet das? Für alle M und N aus der Menge M gilt, wenn M in Relation zu N steht, dann muss auch N in Relation zu M stehen. Und drittens, sie muss transitiv sein. Was bedeutet das? Jetzt brauchen wir drei Elemente für alle M, N und, naja, O von mir aus, aus M gilt. Wenn M in Relation zu N steht und N in Relation zu O steht, dann muss auch M in Relation zu O stehen. N hat so eine Brückenfunktion. Jetzt beweisen wir also, dass wenn ich eine Menge von Gruppen habe, also mein M ist jetzt eine Menge von Gruppen, das heißt, meine einzelnen Elemente, die ich jetzt hier verwende, sind Gruppen. Und die können zueinander in Relation stehen oder nicht in Relation stehen. Und die Relation ist Isomorphie. Und wir wollen jetzt zeigen, dass wenn ich eine Menge von Gruppen habe und die Relation Isomorphie, dass Isomorphie eine Äquivalenzrelation ist. Also fangen wir an. Wir fangen an zu zeigen, Isomorphie ist reflexiv. Wir müssen also zeigen, für alle Gruppen gilt, eine Gruppe mit irgendeiner Operation ist zu sich selbst Isomorph. Eine Gruppe ist strukturgleich mit sich selbst. Wenn wir das so formulieren, dann können wir sagen, okay, ist das nicht trivial und so weiter, ist doch irgendwie klar. Probieren wir es trotzdem mal formal zu beweisen. Was müssen wir zeigen? Es gibt einen Isomorphismus von G auf sich selbst, also eine bijektive Funktion von G auf sich selbst, die auch die Bedingungen erfüllt, die wir oben formuliert haben. Also Phi von A verknüpft mit B. Formulieren wir es jetzt hier mal aus, wie es hier sein müsste. Also Phi von A verknüpft mit B ist das gleiche wie Phi von A verknüpft mit Phi von B. Das ist jetzt dieselbe Verknüpfung, weil das ist ja auch dieselbe Gruppe. So. Wir brauchen jetzt irgendeine Funktion. Wir müssen jetzt irgendeine Funktion finden, die bijektiv ist und die diese Bedingungen erfüllt für alle AB. Ja, und wie würde man, wenn man jetzt die, angenommen, es sind ähnliche Gruppen, die Verknüpfungstafeln sich anschaut, wie würde man dann vermutlich die übereinander legen? Also welche Elemente würde man auf welche Elemente abbilden mit Phi? Und vermutlich würde man das so machen, dass man für alle Elemente aus G folgendes sagt, Phi von X ist gleich X. Ich bilde jedes Element auf sich selbst ab. Das nennt man auch die Identität, die Funktion, die nichts ändert, sozusagen, die jedes Element auf sich selbst abbildet. Das würde man ja so machen, wenn man die Strukturtafeln übereinander legen würde und überlegen würde, welche Elemente bild ich auf welche ab, von G nach G. Wenn die Abbildung von der Gruppe in sich selbst geht, würde man vermutlich sagen, ja, ich bilde das Element auf sich selbst ab. Die Identität ist eine bijektive Funktion, ist injektiv, es gibt keine zwei Elemente, die auf dasselbe abgebildet werden, ist auch subjektiv. Es gibt kein Element in der Bildmenge, das nicht erwischt wird, sozusagen durch die Funktion. Also ist klar, es ist eine bijektivität, eine 1 zu 1 Abbildung. Ja, und jetzt müssen wir nur zeigen, dass Phi von A verknüpft mit B gleich Phi von A verknüpft mit Phi von B ist. Und dann machen wir das doch mal. Phi von A verknüpft mit B, was ist das? Das ist, wenn Phi die Identität ist, natürlich A verknüpft mit B. Und Phi von A verknüpft mit Phi von B, was ist das? Wenn Phi die Identität ist, natürlich auch A verknüpft mit B. Also, beide Seiten sind identisch. Ja, und jetzt haben wir gezeigt, Phi ist ein Isomorphismus, also eine Gruppe ist zu sich selbst Isomorph. Die Reflexivität gilt. Teil 2. Wir müssen zeigen, ist Isomorphie symmetrisch? Was müssen wir also jetzt zeigen? Wir gehen davon aus, eine Gruppe ist Isomorph zu einer anderen Gruppe. Und wenn das der Fall ist, dann müsste auch gelten, dass G2 Isomorph ist zu G1. Wir bilden ja bei Isomorphie mit dem Phi, mit der Funktion Phi immer nur in eine Richtung ab. Das heißt, wir zeigen, dass zwei Strukturen Isomorph sind, die wir von der einen Menge in die andere abbilden. Und jetzt müssen wir zeigen, dass dann auch von der zweiten Gruppe in die erste Gruppe eine Abbildung existiert. Also, wir wissen, dass da gilt. Das ist die Voraussetzung. Also, wir nehmen an, die beiden Gruppen G1 und G2 sind Isomorph in dieser Reihenfolge. Das bedeutet, es gibt eine bijektive Abbildung Phi von G1 nach G2 mit, und langsam wird es langweilig, Phi von A verknüpft mit B ist gleich Phi von A verknüpft mit Phi von B. Wir müssen jetzt zeigen, also das ist die Voraussetzung, und wir müssen jetzt zeigen, es gibt Phi2 von G2 nach G1 mit Phi2 von A verknüpft mit B. In dieser Form ist gleich Phi2 von A verknüpft mit Phi2 von B. Ja, welche Funktion könnte das sein? Also, wir müssen jetzt so ein Phi2 von der einen in die andere Gruppe finden, von der Menge G2 in die Menge G1, die diese Eigenschaft erfüllt. Wenn wir, wir müssen natürlich immer irgendwie schauen, was wissen wir denn, also was sind denn so die Voraussetzungen, wovon können wir denn ausgehen? Wir wissen, dass G1 ist Morphys zu G2, und wir haben ja schon eine bijektive Abbildung Phi in die eine Richtung. Und man könnte jetzt auf den Gedanken kommen, wenn wir eine bijektive Abbildung in die andere Richtung suchen, dass man ja vielleicht einfach die Umkehrabbildung nehmen könnte von Phi. Also das ist ja auf jeden Fall schon mal eine bijektive Abbildung. Die Umkehrabbildung einer bijektiven Abbildung ist bijektiv. Das wäre doch schon mal nicht schlecht. Wir machen also sozusagen einfach die Abbildung in die andere Richtung. Mal im Bild gezeichnet. Wir haben G1 und G2. Wenn Phi so abbildet, die Elemente entsprechend, dann soll Phi hoch minus 1, und dann bildet Phi hoch minus 1 genau in die andere Richtung ab. Und, naja, ist halt die Umkehrfunktion. Okay, und die ist auch bijektiv. Und vielleicht funktioniert es ja mit der. Können wir mal schauen. Also wir müssten zeigen, dass Phi hoch minus 1 von zwei Elementen, x und y, ich nenne sie mal so, ich sage auch gleich warum, dasselbe ist wie Phi hoch minus 1 von x, verknüpft in der ersten Gruppe mit Phi hoch minus 1 von y. So, das müssten wir zeigen. So, dann fangen wir doch mal an. Was ist denn Phi hoch minus 1 von x, verknüpft, opala, das war Quatsch, von x, verknüpft mit y. Ja, das können wir jetzt natürlich nicht sagen, weil wir nicht genau wissen, was x und y ist und so weiter. Das hilft uns nicht besonders weiter. Aber vielleicht, wir wissen ja, wenn wir nochmal an das Bild hier schauen, angenommen, das ist unser x und das ist unser y, dann können wir ja auch sagen, wenn das unser a und unser b ist, dass x das Phi von a ist und y das Phi von b. Ja, also machen wir das doch mal. Das x und das y sind ja jeweils irgendwelche Bilder von irgendwelchen Elementen in der ersten Gruppe. So, okay. Jetzt wissen wir ja, dass da Phi von a, verknüpft mit Phi von, also da Phi ein Isomorphismus ist, also dieses Phi hier jetzt ist ein Isomorphismus, können wir auch weitermachen mit, das ist Phi hoch minus 1 von Phi von a, verknüpft mit b in der ersten Gruppe. Also, das ist ja gerade die Definition von Isomorphie oder das ist die Eigenschaft, die unsere Abbildung Phi erfüllt, nämlich, ja, die Eigenschaft, ich zeige mir mal, die wir hier oben formuliert haben, das ist die hier. Die habe ich jetzt hier verwendet. Ich habe jetzt leider nicht alles auf einem Bildschirm, aber okay, ist schon klar. Gut, ja, was ist jetzt Phi hoch minus 1 von Phi von a, verknüpft mit b? Das macht jetzt nichts anderes. Ich bilde erstmal mit Phi a, verknüpft mit b ab, um es mit Phi hoch minus 1 wieder rückab zu abbilden. Also, Phi, erst Phi anzuwenden und dann Phi hoch minus 1 macht ja sozusagen gar nichts. Bildet einmal die eine Richtung ab und wieder zurück. Das heißt, das ist a, verknüpft mit b. Ich zeige nochmal, wo wir hinwollen. Wir wollen das da zeigen, die erste Zeile. Ja, jetzt brauchen wir hier rechts, also wir haben ja eigentlich schon den Punkt, das haben wir schon. Da sind wir schon ziemlich gut. Was uns jetzt noch fehlt, ist, dass da jeweils ein Phi hoch minus 1 steht. Aber wir können a ja ganz einfach so umformen, dass dann Phi hoch minus 1 am Anfang steht, indem wir sagen, a ist dasselbe wie Phi hoch minus 1 von Phi von a und mit b genauso. Phi hoch minus 1 von Phi von b. Ja, und jetzt sind wir so dicht dran am Ende dieses Beweises, nämlich, Wir haben doch vorhin gesagt, x ist dasselbe wie y von a. Das heißt, Phi hoch minus 1 von Phi von a ist dasselbe wie Phi hoch minus 1 von x. Und phi von b ist y, so genau. Also ist Phi hoch minus 1 von Phi von b dasselbe wie Phi hoch minus 1 von y. Und jetzt haben wir genau diese Gleichung gezeigt. Okay, das heißt also, Phi hoch minus 1 ist auch ein Isomorphismus. Das bedeutet, auch diese Isomorphismusrichtung gilt sozusagen. Isomorphie ist symmetrisch. Okay, jetzt fehlt noch die dritte Eigenschaft, transitiv. Ihr könnt euch schon denken, Isomorphie ist natürlich auch transitiv. Was brauchen wir jetzt? Ah, jetzt brauchen wir drei Gruppen. Also wir brauchen drei Gruppen. Und zwar gilt, G1 ist Isomorph zu G2 und G2 ist Isomorph zu G3. Jetzt muss ich mir irgendeine Operation ausdenken. Sagen wir mal, keine Ahnung, sowas hier. Okay, und jetzt zu zeigen, G1 ist auch Isomorph zu G3. Das heißt, wir brauchen einen Isomorphismus von G1 nach G3. Was wissen wir? Wir wissen, es gibt einen Isomorphismus von G1 nach G2. Es gibt also ein Phi 1 von G1 nach G2. Eine bijektive Abbildung, die auch strukturerhaltend ist, relationstreu. Und, also ich schreibe das vielleicht nochmal hin, Phi 1 von A verknüpft mit B ist dasselbe wie Phi 1 von A verknüpft in der zweiten Gruppe mit Phi 1 von B. Außerdem wissen wir, die zweite Gruppe ist Isomorph zu dritten. Das heißt, es gibt ein Phi 2 von G2 nach G3 mit Phi 2 von A verknüpft mit B in der dritten Gruppe. Okay. Also wir haben zwei bijektive Abbildungen, die Isomorphismen sind. Und wir müssen jetzt uns eine dritte basteln von G1 nach G3. Also wir brauchen ein Phi 3 von G1 nach G3. Ja, und jetzt, was könnte man da machen? Was könnte man da für eine bijektive Abbildung finden? Naja, also wenn wir schon zwei bijektive Abbildungen haben, die nacheinander ausgeführt werden könnten, dann können wir sie ja auch nacheinander ausführen, also miteinander verketten. Ja, erst Phi 1 und dann Phi 2. Eine bijektive Abbildung verkettet mit einer bijektiven Abbildung ist eine bijektive Abbildung. Insofern hätten wir hier schon mal eine bijektive Abbildung und können schauen, ob die auch strukturerhaltend ist. Ja, dann machen wir das doch mal. Phi 1 verkettet man mit Phi 2 von A verknüpft mit B in der ersten Gruppe. Was ist das? Also, Phi 1 verknüpft mit Phi 2 bedeutet ja, ich führe erst Phi 1 aus und anschließend auf das Ergebnis Phi 2. Jetzt weiß ich, Phi 1 ist ein Isomorphismus, das heißt, das ist das gleiche wie Phi 2 von Phi 1 von A verknüpft in der zweiten Gruppe mit Phi 1 von B. Ja, jetzt weiß ich, Phi 2 ist auch ein Isomorphismus, das heißt, das ist das gleiche wie Phi 2 von Phi 1 von A verknüpft in der dritten Gruppe mit Phi 2 von Phi 1 von B. Ja, und jetzt wissen wir doch, Phi 2 von Phi 1 von A ist dasselbe wie Phi 1 verkettet mit Phi 2 von A. Ja, vielleicht sollte ich da noch Klammern drum setzen, das sieht, glaube ich, ein bisschen besser aus. So, und hier noch verknüpft mit Phi 1 verkettet mit Phi 2 von B. Ja, und dann haben wir doch gezeigt, Phi 1 verkettet mit Phi 2 ist ein Isomorphismus. Das ist jetzt hier, sind die beiden Terme, die rot unterstrichen sind. Also, wir haben jetzt gezeigt, Reflexivität, Symmetrie und Transitivität, das bedeutet, Isomorphie ist eine Äquivalenzrelation. Das wiederum bedeutet, wenn ich jetzt hier irgendwie eine Menge habe von lauter Gruppen, Gruppe, 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 lauter Gruppen, Gruppe, 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 so, okay. Okay, das bedeutet, Isomorphie ist eine reflexive Relation, das bedeutet, jede Gruppe ist zu sich selbst Isomorph, das könnte man ja so durch so Pfeilchen darstellen, ich mache das jetzt nicht für alle, ist klar. Dann, die Isomorphie ist symmetrisch, das heißt, wenn eine Gruppe Isomorph ist zu einer zweiten, dann auch umgedreht. Also, hier zum Beispiel auch, wenn die beiden Isomorph sind, dann auch in die andere Richtung. Und, wenn die eine Gruppe Isomorph ist zu der zweiten und die zweite zu der dritten, dann ist auch die erste zu der dritten Isomorph und dementsprechend auch wieder symmetrisch. So, angenommen, die sind alle Isomorph zueinander hier. Das bedeutet, meine Menge von Gruppen zerfällt in Äquivalenzklassen. Das heißt, das sind Untermengen, Teilmengen hier, Teilmengen, innerhalb derer jede Gruppe zu jeder Isomorph ist, aber zwischen diesen Teilmengen besteht keine Verbindung. Das Typische von Äquivalenzrelationen ist ja, dass sozusagen alle die Elemente, die in Relation stehen, gemeinsam eine Äquivalenzklasse bilden. Und das ist ganz hilfreich im Hinterkopf zu behalten, wenn wir uns mit der Isomorphie von Gruppen beschäftigen. Ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare.